Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und ab Donnerstag die doppelte Menge für die Kampagne Dschungel von Schuld. Also Socialstar, Omu, Portnian, Zaro, die drei Gebiete. Alle Quests, die ihr da erhaltet, gewähren euch die doppelte Menge an Kampagnenwährung. So kriegt ihr eigentlich jeden Charakter sehr schnell durch die entsprechenden Kampagnen. Ihr könnt euch die Sägen abholen und im Kampagnen Shop könnt ihr kaufen, was immer ihr wollt. Also viel Spaß im Dschungel. Leider gibt es irgendwie keine Macheten im Spiel, aber ich glaube bei manchem Gestrüppter würde das durchaus Sinn machen. Lasst euch nicht beißen. Wir sehen uns. Tschüüss.